Wir haben einen großen Schaden. Alter, gleich ist die Karre im Arsch. Wow. Einmal durch. Jetzt haben wir einen Cabrio. Es gibt keine mehr. Ja! Auf die Reifen! Jetzt keine mehr, das ist halt hoch. Jetzt kommt die ganze Zeit, jetzt kommt kein einziger, ne? Ja, ist da, nichts. Das Auto ist wieder ganz. Ja, ganz schön. Einmal, was ist das? Oh, shit, ich hab keine Minen mehr. Die Haube schieben, okay. Ey, komm, ey, Alter, war kein Mist. Wir müssen den Truck zerstören. Ich arbeite noch an einem Plan. Das Ding will uns raus. Scheiße, das war knapp. Nehmt euch den Motor vor, los! Das müsste reichen. Bravo, hilf mir mal, kein Problem. Alter! Na, schönen Dank auch, Viereck. Boah! 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 Bist du? Boah! 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 alter ist mein arsch weh hier noch dreckstuhl ja eben sagst du das warum bedingen wir so einen polster sitz mit polster polstern voll mit polster und gepolstert noch im berufstuhl habe ich ja gerade oder den 70 durch langsamer zeit habe ich jetzt auch schon ellen lang den scheiß jetzt irgendwann mal sitzt sich durch und fängt an zu quietschen so wie meiner ne quietschen net aber naja kannst du dich noch an meinen stuhl erinnern am anfang boah der hat ja gequiet für jede bewegung ach falsch ne das war ja gar nicht das war damals kontersdreck zeit da habe ich nen stuhl gehabt der hat mich nicht gequietcht das kassel ist unterwegs hierher wir lassen dich hier nicht liegen es fällt schon was ein was denn auch sonst die war eben weggepackt wo sie ich habe das falsche visier genommen scheiße ist bei mir keiner machen wir noch scharfschützen anders geht es nicht ich kann jetzt oder nicht wir müssen sie übertreiben dann mal los alles ja gut na komm, mach schnell, diese würde er kommen hier brauchen wir eben so einen truck hoch wow oh der hat feuer ich brauche ihn was du nicht alles brauchst irgendwie sehe ich keinen schreien muss man hier herangehen da ist eine panzerfaust wo denn was war er panzerfaust ausgeschaltet wo ist er tot haben wir gerade gesagt hat er eingetötet getötet noch einer rechte seite tot noch eine wichser alter hat er hat er hat er hat er Ich glaube noch nicht an dir vorbei. Das Visier ist voll scheiße. Wie ist der denn überhaupt? Falsche genommen. Ach ja, hier noch mehr. Was wollen die denn alle hier? Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Alpha, Rios hier. Schön dich zu hören. Ladera, Ladera. Wir haben Cordova. Pike und Bradley sind da draußen. Stecken scheint ein Burialfest. Klar. Wir hätten ihn wieder wieder. Wir erledigen das. Wie schnell kommen wir dahin? Mir nach. Ich kenn deinen Weg. Mach schon! Hä? Mach schon! Mhm. Hmhm. Hm. Mhm. äh äh feinde voraus weg ja 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 wir wurden entdeckt los jetzt wohl entdeckt ja ja gar nicht anders gegangen natürlich wieder zu mir bewegung ja ballerei vom feinsten würde ich sagen ja so richtig da wären wir klettert hoch dann seid ihr drin danke fiona was ist los wir brauchen einen neuen truck dann besorgt auch gleich schmerztabletten los jetzt okay okay hier hoch kletter hier hoch dann hoch mit dir ich auch erledigt erledigt ich 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 geh mal hoch auf drei geht's los eins zwei drei was was gefunden sind wir geht einfach weiter äh 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 oh sau äh 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 das ist gut das gefällt mir schau nach oben nach oben ist nach oben komm rüber, wir räumen den weg frei, los, bleibt am leben wenn es geht kannst du noch extra zoomen, das ist gut ja L1, Standard was ist das für ein Scharfschützengewehr, alter schaut ja alle so komm her du Typ noch zwei einer zack bei uns oh ne jetzt hä, du warst doch oben am dach ach so naja, ist immer so ich seh niemanden Bradley, komm dranbleiben habe Korto war verloren wiederhole, Zielperson verloren wir müssen wohl da lang ja, in der Tat Bradley such irgendwo Schutz wir kommen zu dir verstanden ja 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 ja